Das ist was von diesem Video, wir nehmen meinen Fortnite auseinander. Habt ihr schon mitbekommen? Wir werden ja den nächsten Season, die ganzen alten Fortnite-Maps wieder zurück. Ah, wo geht's hin? Ah, jetzt. Wir haben den noch rein. Du hast den noch rein. Du hast den noch rein. Bock, 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 bock. Wie geht's denn dann? Ja, total fertig. Ja, wieder aufgenommen. Ja, wieder aufgenommen. Erste Runde, gleich habe ich das Sieg. Dann hast du einfach Bock an. Geil, Alter. Geil, Alter. Ich bin schon nett. Ich bin krankgeschrieben die ganze Woche. Haben wir seinen Glied noch? Okay, abend. Oh mein Gott. Heus остан α toilolala. Slon last mich doch in Ruhe. Müssen wir doch aufpassen. Nicht die Grund surveille nicht reparieren. Rexy, rexy. Das ist der Grund. Pablo. Wir müssen棄ken dran. Ja, mir geht's. Ich bin gut. Oh, Eika. Okay. So, ich geh noch mit Mama? Ja, ich geh noch mit Mama. das ist ich glaube 2000 ja danach 80 auf dem boden was nicht so weiß wir greifen ja wir greifen von hinten an wir fahren nicht im auto rein Den anderen habe ich weggesniped, okay pushen, pushen, einmal 1, einmal 2, den anderen habe ich hier gedowned, da ist eine Karte für irgendwas, da liegt auch den, ne Kronen, aber ich will sie nicht, ja ja Maximilien, ich hole die Karte kurz, willst du die Karte haben, ja ja, warte, komm zu mir, ich habe Karte, doch, aber lasst mal die Getränke bitte für mich liegen, die helfen mir meistens, wenn ihr down seid oder sonst was, hier ist anscheinend ein Gegner, aber dann doch nicht mehr, Okay, gut, brauche ich alles nicht, also ich bin voll mit Waffen, lass mal Richtung, äh, sagt man es, Richtung Tankstelle laufen, das sind safe Leute, das ist da, äh, goldene, Okay, die Bauern hier, guckt immer, dass, dass wir von außen die Gegner abschießen, Okay, let's go, oh mein Gott, rein pushen, rein pushen, da hinten kommen nochmal Gegners, wir müssen da jetzt rein pushen, Jaa, wir sind unterwegs Wir sind unterwegs Jaa, wir sind unterwegs Ich muss da nicht rein pushen, wiss ich, wiss ich ha genau vor mir alter pass auf jetzt kommen von links auch noch mal welche müssen jetzt aufpassen aber gewaltig achtung der kommt da hinten den anderen habe ich echt nicht geläsert oh mein gott wir müssen jetzt aufpassen wir werden jetzt alle bringen kommen ich denke schon wieder ich sag euch hoffentlich freitag der 13 der hat mir persönlich nichts negatives gebracht sondern mehr positives und jetzt hoffe ich auch dass ihr positives weib auch jetzt hier die runde bekommen alter macht man okay ja kommt hier für die leute wo noch voll sich voll machen müssen am besten kommt einer maximilian kommst du rüber da können wir uns mit dem tanklaster voll machen ja ich bin unterwegs hier für die leute wo steine brauchen ich habe 427 steine wenn da kommen lassen wir noch mal da reingehen wo wir eben gerade waren ich gehe davon aus dass wir noch sehr viel gegner sind ich gehe mal davon stark aus dass er gegner drin sind oder hier ist auch eine schatzkiste der direkt in die Zone pushen, direkt in die Zone Kommen die Leute, das gehen wir jetzt geben Einmal die Wanker damit Total schaden Was hast du mit uns husten? Was hast du mit uns husten? Let's go Warte, das kommt aber alle nach links, das baue ich ja noch Aber die könnten eventuell werden, weil die überall gebaut ist So, ja Quatsch Jetzt bin ich wirklich viel Klettern mit Materialien, mit Slip-Harmolik, alles, 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 alles Was kommt denn da? Es war wirklich jemand doch dahinten wird geschossen ich habe einen dauer und einen dort das mit ihr aufmachen gut ich habe euch gesagt wir holen das ding jetzt nach hause wir holen das ding jetzt nach hause jemand wird hier gerivet hier du hast das ding hier wird jemand geholt oh 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 hier ist er hier ist er bei mir ich habe zwei aussagen fest gemacht wer will ein grünchen haben jetzt ein grünchen ist ein grünchen dann kommt zu mir jawoll maxi danke jetzt haben wir alle ich habe ich habe auch grünchen noch zwei leute leben und das könnte ein epischen sieg werden jeder mit krone ich hasse diese zone aufpassen runter die sind hier unten erster down erster down bam ab 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 ab